Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Bros. Wonder. Ja, beim nächsten Mal haben wir die Fungi-Minen abgeschlossen. Und heute wollen wir uns langsam auf den Weg in Richtung Welt 6 begeben. Aber zuerst sind noch ein paar Level vorher dran in den Blüteninseln. Wie zum Beispiel im Garten der Piranha-Pflanzen. Okay, sehe ich schon mal Piranha-Pflanzen und... Ich glaube, die Dinger heißen Mancha, oder? Ah. Ich sehe schon, hier gibt es wo potenzielle Mancha-Läufe. Kann ich hier mit mir die Pfanne eigentlich weghauen? Nö. Was komme ich dahinter? Ah. So komme ich dahinter. Da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Aha. Ich komme ich drüber und verlangt zumindest an einen One-Up. Irgendwas muss da oben sein. Warum kommen wir unendlich, äh... Warum kommen wir unendlich, äh... Power-Blöcke? Aha. Ja, das muss ja kommen. Ja, das muss ja kommen. Ja, der Weg zur Fahne. Nein! Verdammt! Äh, die sind von Joshi's Island, oder? Oh, man sieht Bowser da hinten. Äh, ja! Ich platze gleich vor lauter Kraft! Ja, ich merke's. Du bist zum Super-Saya-Chin, ne? Ja. Hier gibt's doch mit Sicherheit irgendwo wieder'n Stern. Wie komm ich denn da oben an den Block dran? Ja. Ah, über den. Irgendwie hab ich den Eindruck, ich hab schon wieder irgendwo was hier verpasst. Mann! Ja. Okay, merken, da ist ein Stern. Den brauche ich. Äh, hier ist üblich nix. Du sagst mal, dass es war? Warum das? Komm, stehst du noch mal? Ne, da steht's aber nur zu mir. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, darin muss ich schon wieder irgendwie hinkommen. Wow. Aber wie? Ich brauche einen Stern. Wo krieg ich den Stern jetzt her? Der Regen fühlt sich gut an. Ich spür. Äh. Komm nicht mehr zurück. Na toll. Dann muss ich das wohl nachholen. Bleibt ja offenbar nix anderes übrig. Gut. Dann. Bis gleich. Gut. Dann. 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 Ja, Hände am Ziel. Muss man aber erstmal drauf kommen, dass da was ist, ne? Ach, meine Güte, dieses Level habe ich gerade mehr aufgehalten, als es sollte. Okay. Wir haben es ja geschafft. Wahrscheinlich haben wir zehn Minuten an einem Level gesessen oder so. I don't know. Wie viel es mit dem Rauskarten am Ende sein wird. Wiggler-Rennen, Höhlen-Sprint und Kampfparty-Blumen-Arena. Na gut, wir gehen ja das erste Mal in die Blumen-Arena, denke ich mal. Auch wenn ich immer noch keinen Bock auf diese Kampfpartys habe. Ähm, kommen wir uns mal. Diese Kombi von Gutes. Jetzt ist halt immer die Frage, wie man das am besten timed, ne? Wie man hier läuft. Gehen mir geht's mit. E segur. Hier geht's. Das war's. Sicher… das war dumm das war okay wieder dumm ja das war nicht gerade sehr gut war eigentlich katastrophal aber okay also wenn ich zwei bekommen bin ich schon mehr als zufrieden glaube ich ich dir einfach nur damit auch drauf bringen springen bringt was oder von unten nein gott komischen fischer 1,25 na gibt es wenigstens noch zwei tatsächlich was davon unterschied von 130 auf 80 sekunden diese kampf party dinge werden mich noch ein bisschen beschäftigen glaube ich da gehe schon von aus na gut dann wenn wir noch mal gegen den guten wiggler ich glaube das wird wirklich nicht leicht der rentner nicht mal richtig der hat inline skate wie kann man das hier ein verdammt verdammt ein rennen hab hier besser gar nicht verkehrt ja ich glaube ich wechsle den charakter mal wir haben bisher noch nie mopsi gesehen ich glaube dass wir skieren wir jetzt einfach mal kommen wir spielen erstmal mopsi vielleicht haben wir mit ihm weniger probleme wir werden sehen ja 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 wo Oh Oh Meine Güte Hat ein bisschen gedauert Bisschen länger als es sollte Sag ich jetzt mal so Das scheint mir eine Abkürzung zu sein, oder? Ja, schön Ich wechsle mal zurück zum Tod Wo führt mich das hier hin? Die Spezialwelt In der Füllten Welt 1 Okay Haben wir eigentlich in den Blüteninseln alles? Von Wundersam Bisher Bestimmt, hier muss ich noch eine Goldfahne holen Okay, noch die letzte Coin Ja, einer und ob wir jetzt hier alles haben Wir fangen jetzt zumindest schon mal Wir gucken zumindest schon mal in die letzte Welt Die Magmatiefen Jetzt wieder ein Bowser Jr. So viel Lava finde ich super Papa ist bestimmt schon langweilig davon nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht Wie am Feuerwerk, das würde ihm den Langeweile vertreiben Wildsicks Magmatiefen Wir haben es bis in die Magmatiefen geschafft Der Wald und das Magma erstrecken sich bis tief in den Untergrund Es gibt ja einige Forscher Poplins, die diesen faszinierenden Ort eingehend studieren Wir sollten den Observatorien einen Besuch abstatten, vielleicht weiß man dort was über den Königsarm Okay Dann gehen wir dort erstmal rein Oh, warte mal Äh, ich wechsle mal ganz kurz nochmal den, äh Das Abzeichen Damit will ich es nicht hier rumrennen Hier in der Level kann das ja ganz nett sein, aber Nee Ab hier bringt das nicht allzu viel Bitte, du musst uns helfen, Prin Florian In den Magmatiefen gehen, merkwürdige Dinge Vorsicht, seit der Palast eingenommen wurde Was für merkwürdige Dinge? Tja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer Und durch die viele Hitze wuchern die Ranken aus dem tiefen Dschungel jetzt überall Wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr Ah, dieser ähnende Bowser Junior macht dir da nichts als Ärger Und bestimmt hat er auch den Königsarm bei sich im Palast Prin Florian, bitte befreie den Palast und rette die Magmatiefen Hier, nimm auch diesen Wundersamen mit, es soll dir Glück bringen Dankeschön War ganz schön tief herunter zu gehen, ne? Ah, ein Suchtrupp wieder Na gut, komm Das ist das Letzte, was wir heute dann machen werden Ja, hallo Johoi What's up, dude Wir können doch die Eizung wahrscheinlich auch Immer wiederholen Hier komm ich nicht einfach so hinein, oder was? Na gut, wir gehen erstmal weiter Wow Da war knapp Hier kann ich wahrscheinlich hinein Nein War sogar der Erste, okay Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet Neben sind Cheap Cheaps Komm ich da neben jetzt rein Ah, warte mal Ich glaub ich brauch hier die Kugel, oder? Also entsprechend den Elefanten Nein Hier fanden brauche ich trotzdem Damit es hier weiter geht. Kann ich den da mit dieser Blume hier zufällig holen? Nö. Ah, ich denke mal, aber so kommen wir hier weiter. Ja. War auch schon der letzte? Mühminde mal. Aha, ich muss die Gegner alle besiegen. Ja. Wer komme ich jetzt hier dran? Das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Die Kugel macht das einfach kaputt. Gut zu wissen. Dann haben wir es hier. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Hälsenberg. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Das stimmt auch etwas nicht. Bisschen lang. Nur noch ein paar mehr Welten. Na gut. Dann würde ich mal sagen, war es das erste Mal mit Mario Bros Wunder für heute. Wunderbar. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne, wenn ich viel Blätter, positiv oder negativ Blatt euch schon mir lassen. Gerne mit einer kleinen Bekommnung, was dir gefallen hat, was nicht. Und ja. Wir freuen uns beim nächsten Mal wieder dabei zu werden. Wenn es dann hier in den Magmativen weitergeht. Bis dahin. Tschau Leute.